Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video aus der 18. Arena-Saison. Heute sind wir mit dem russischen Kreuzer der Kronstadt unterwegs. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns kurz an, welche Module und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze Zielsystem Mod 1, denn Steuergetriebe Mod 2, als drittes Zahnsystem Mod 1 und zu guter Letzt Hauptbatterie Mod 3. Und als Kapitän nutze ich den Ivan Lightful mit der Basisfähigkeit Phantomfluch und geskillt habe ich Lodernde Flammen, intuitiv, denn Durchstoßen als viertes fürchtet mein Brüllen als legendären Skill vollständig verpackt und bei den Inspirationen einmal den Norman Scott und den Francesco Mimbelli und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Nachbarn. Mit dabei der OnePingOndie in der Kita-Kase und der Senegal mit der Republic. Ein Kreuzer, ein Zerstörer, ein Schlachtschiff pro Team. Und ja, ich persönlich habe die aktuelle Arena-Saison deutlich mehr in der Zweier-Division oder auch ganz alleine genossen, weil dort einfach die Möglichkeit war, reduzierte Runden zu haben, wo nicht insgesamt zwölf Schiffe drin sind, sondern welche mit, äh, ja, acht oder halt sogar vier Schiffen nur. Diese Gefechte waren deutlich am entspanntesten, haben am meisten Spaß gemacht, weil das Problem ist halt mit diesen Schiffen oft diesen kleinen Karten. Der Senegal schießt zum Beispiel hier aufs rote Team, aber weil einfach die Karte so klein ist, wird er direkt vom orangenen Team hinter uns aufgeklärt und man wird quasi von zwei Teams beschossen. Leider bleiben hier teilweise unsere Granaten im Senegal hängen, ein bisschen schade. Warten mal kurz auf unseren Nachladen und dann drücken wir jetzt das Radar. Können hier hoffentlich die Sumner rausnehmen. Granaten sind draußen, Streuung, ja, nicht so berauschend. 1900 Schaden nur gemacht. Die Kronstadt kann sehr, sehr gefährlich sein mit der Hauptbatterie, kann aber auch komplett gar nichts treffen, wie zum Beispiel jetzt hier gegen den Zerstörer, gerade in den Situationen, wo es drauf ankommt. Und es ist halt leider so, dass mich persönlich auf jeden Fall die Kronstadt sehr häufig enttäuscht, dass man nicht den gewissen Treffer landet. So, wir werden jetzt hier leider auch schon direkt vom nächsten Team von hinten angegangen. Die Elbing kommt dort rum und wahrscheinlich auch das gesamte orangenen Team. Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum ich bei der Kapitänskillung nicht den Reichweitenskill, den man typischerweise eigentlich nutzen sollte, bei der Kronstadt nutze für Arena. Und das ist genau diese Situation. Das Problem ist halt einfach, die Karten sind halt viel zu klein. Und wenn man höhere Reichweite hat, hat man natürlich auch das Problem, dass man früher von verschiedenen Teams aufgeklärt wird und dementsprechend auch dort schneller ans Kreuzfeuer kommt. Und ihr seht schön, wenn ihr auf die Minimap guckt, durch meine reduzierte Reichweite das hellrote Team links von uns minimal außerhalb meiner Schussreichweite. Das heißt, wenn wir schießen, können wir von diesen auch nicht aufgeklärt werden. Und hätten wir jetzt hier diese 10% mehr Reichweite, dann würde ich dort quasi von dem Team auch aufgeklärt werden und würde dann quasi das Kreuzfeuer kassieren. Das ist der Grund, warum ich mich jetzt hier speziell in diesen Arena-Gefechten sehr häufig nicht auf die Reichweite verlasse, weil es halt in vielen Situationen eher ein Nachteil ist. Auch wenn es natürlich frustrierend ist, wenn man ein Breitseitenziel hat, was denn minimal außerhalb der Reichweite ist. Aber da muss man sich nur denken, wäre ich sonst noch am Leben? Hätte ich vielleicht eine Breitseite kassiert? Und ja, diesmal sieht die Streuung gut aus gegen die Seattle. Mittel, sehr, sehr schön, 24.000 fast gemacht. Das war auf jeden Fall super. Und wir konzentrieren uns auf jeden Fall jetzt erstmal auf das orangene Team, was von hinten kommt. Kommt auch die Marlboro, das wird sicherlich unangenehm, weil die Marlboro hat natürlich eine sehr starke HE und kann uns hier relativ gut mit beschädigen und auch runterbrennen. Ich hoffe, dass die Seattle dort ehrlich gesagt rumkommt oder die Marlboro-Map-Reitseite zeigt. Oh, da schießt die Seattle. Darauf haben wir gewartet. Und fast hat es hier gereicht, um die Seattle rauszunehmen. Aber auch hier wieder eine sehr gute Salve, Doppel-Citadelle. Sollten jetzt hier eigentlich mit unseren nächsten Granaten die Seattle rausnehmen. Heckgeschütz schießen wir auf die Marlboro. Ja, wir kassieren hier direkt einen Doppelbrand. Der erste Nigel konnte die Runen vom roten Team noch rausnehmen. Das ist natürlich super. Dadurch haben wir auf jeden Fall so mal einen gewissen Hilf-Vorteil, falls am Ende mehrere Teams überleben sollten. Das ist natürlich eine Siegbedingung. Wir wechseln jetzt hier auch auf die HE-Munition. Problem ist, wir müssen jetzt hier mehr oder weniger noch die Marlboro bekämpfen. Und danach erwartet uns halt immer noch ein komplett volles Team. Der One-Ping versucht dort, die Marlboro im Nahkampf rauszunehmen. Hätte dort vielleicht ein bisschen länger warten sollen, bis die Marlboro nochmal einmal auf uns schießt. Auch gut eingedreht von der Marlboro. Viele von den Torpedos konnte ja ausweichen. Schöne Salve, aber auf jeden Fall mit AP, die wir hier machen konnten. Problem ist aber, dass wahrscheinlich die Marlboro gleich nochmal auf den One-Ping schießen kann. Salve ist draußen. Aber direkt eine halbe Sekunde, bevor unsere Granaten für den Kill eingeschlagen sind, kam leider noch eine weitere Salve raus. Und das ist natürlich jetzt schon ein Nachteil. Der One-Ping hat jetzt kaum noch Trefferpunkte und ich vermute mal, das rote Team wird noch sehr gut aussehen, was die Trefferpunkte angeht. Der Zerstörer dürfte eigentlich gar nicht aufgeklärt gewesen sein im Gegnerteam, weil wir ja beide Zerstörer rausgenommen haben. Und sonst dort kein Radarkreuzer in der Nähe war. Schlachtschiff und Kreuzer könnten noch... Na gut, Schlachtschiff ist hier auch quasi voll. Ich hoffe, dass der Kreuzer wenigstens angeschlagen ist. Okay, wenigstens die Buffalo hat dort einiges kassiert schon. Das ist gut. Werden hier gerade auch vom Zerstörer aufgeklärt. Haben hier jetzt natürlich jetzt den Nachteil, dass wir durch unsere nicht vorhandene Reichweite jetzt zum Beispiel die Buffalo nicht rausschießen können, die eigentlich dort Breitseite fährt. Sind halt immer Kompromisse, die man eingehen muss für Arena. Friedrich fährt hier aber glücklicherweise in Schussreichweite, bremst hier leider aber runter. Mir persönlich macht der Zerstörer bei am meisten Sorgen, der hier irgendwo vor uns fährt auf jeden Fall. Das verrät uns ja die Funkortung. Okay. Wieder nicht so eine gute Salbe gegen den Friedrich. Wechseln jetzt hier auch auf die HE-Munition. Winkelt dort halt relativ ordentlich an. Nutzen hier unser Flugzeug in der Hoffnung, dass das Flugzeug vielleicht irgendwelche Torpedos aufklärt. Da kommen auch schon die ersten Torpedos. Okay, das war eine Friede Salbe hier mit der HE. Lässt aber auch den einen Brand an und nutzt nicht direkt das Schadensbegrenzungsteam. Also definitiv ein Spieler, der jetzt auch nicht unbedingt ganz unerfahren ist. Im Friedrich. Und der Zerstörer ist mittlerweile auch im A-Punkt irgendwo vor uns drin. Wir nutzen hier die nächste Heilung. Fondstart ist natürlich nicht der beste Feuerstarter, was wir noch jetzt gebrauchen könnten. Ist natürlich immer super, wenn man die Schadensbegrenzungsteams von den Gegnern auf Cooldown bringt. Nicht unbedingt nur, um selber Brände zu machen, aber auch wenn ein befreundeter Zerstörer zum Beispiel Torpedos trifft. Dann könnte es eine permanente Flutung sein, was relativ häufig der direkte Tod bedeutet. Okay, leider wird der One-Ping jetzt hier von der Hayate gerusht. Dadurch, dass er natürlich kaum noch Trefferpunkte hatte. Geht er dort leider relativ schnell raus. Buffalo ist aber jetzt mittlerweile dicht genug dran und sollte jetzt hoffentlich auch rausgehen mit der nächsten Salve. Überlebt knapp, aber hatte keinen Schadensbegrenzungsteam. Einsatzbereit. Aber es wird natürlich jetzt eine ganz, ganz enge Sache. Wir haben halt den Vorteil, dass wir die Kills haben. Das heißt, wir müssen nicht beide Gegner versenken. Gerade der Zerstörer könnte schwierig werden. Wir haben noch zwei Radar, aber Grundstadt ist natürlich, wie wir auch schon am Anfang der Runde gesehen haben, nicht unbedingt der beste Zerstörer-Killer. Selbst wenn wir diesen aufklären können. Wir müssen aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Basis nicht eingenommen wird. Und daher versuche ich jetzt hier in den A-Punkt reinzufahren zum Blockieren. Haben natürlich auch nicht mehr viele Trefferpunkte, müssen wir dazu sagen. 21.000, keine Heilungen. Und Friedrich hatte wahrscheinlich noch gut Hälfte der Trefferpunkte. Der Zerstörer halt quasi voll. Und wenn wir rausgehen, hat der Zerstörer halt das Problem, dass er den Zerstörer nie wieder aufklären kann. Okay. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob das der Nebel vom One-Ping vielleicht noch ist rechts. Könnte unter Umständen sein. Wir konnten jetzt hier den Friedrich aufklären. Beziehungsweise der Nebel hat ihn, glaube ich, sogar aufgeklärt. Und jetzt müssen wir so ein bisschen hoffen, wir brauchen unbedingt... Wir haben direkt mit der Salve eben Brand gemacht. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen permanenten Brand gleich mit der nächsten Salve machen, dann wäre das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir werden leider hier auch vom Zerstörer beschossen. Ah, die Streuung sah mal wieder überhaupt nicht gut aus. Aber eine Granate trifft. Und einen Brand. Immerhin. Hätte mir natürlich dort aber deutlich mehr Schaden mit mehr Treffern gewünscht. Aber diese Salve sieht wieder super aus. Also ich weiß nicht, was es bei mir ist. Aber Kronstadt ist wirklich hopp oder top. Kein Schiff, wo ich mich auf jeden Fall drauf verlassen kann. Und deswegen auch kein Schiff, was ich äußerlich gerne spiele. Weil in den Momenten, wo man die gute Genauigkeit braucht... Hier ist jetzt wieder zwei Treffer auf sieben Kilometern. Wieder schlecht. Kriegt man meistens schlechte Genauigkeit. Und verliert dadurch Runden, was sehr frustrierend ist. Kommen hier leider nicht mehr über die Insel. Nutzen hier aber mal das Radar. Dass der Nickel vielleicht mal auf den Zerstörer schießen kann, um diesen zurückzusetzen. Gelingt ihm auch. Das ist gut. Sind nur noch zwei Minuten 35 auf der Uhr ab jetzt. Und es dauert zwei Minuten 30, um die Basis einzunehmen. Alleine. Das bedeutet, falls wir einen von den zwei Gegnern rausnehmen können... ...kann das Gegnerteam nur noch gewinnen, indem beide von unseren Schiffen rausgenommen werden. ...verlieren hier leider unser Hauptgeschütz. Nutzen dafür... ...das Schadensbegrenzungsteam. Weil wir brauchen jetzt die Brände. Friedrich hatte hier wieder Schadensbegrenzungsteam im Einsatz bereit. Wir brauchen hier die permanenten Brände, um den Friedrich runterzubrennen. Na komm. Mittlerweile wird es für die Gegner aber auch selbst eng, mit zwei Schiffen die Basis einzunehmen. Okay, einen permanenten Brand konnten wir machen auf den Friedrich. Das ist der Nickel trifft auch nochmal relativ solide. Das sollte der Friedrich nicht überleben können. Auch wenn er dort mit Wille zum Wiederaufbau am Leben gehalten wird vom Zerstörer. Deswegen hat es überhaupt so lange gedauert. Und der Friedrich ist draußen und damit ist die Runde gewonnen. Sofern wenigstens einer von uns überlebt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier so oder so noch mit 1000 Trefferpunkten, sobald wir einmal aufgeklärt werden, vom Zerstörer mit der Hauptbatterie rausgenommen werden. Von daher werde ich jetzt hier auch aggressiv nach vorne fahren. Ein bisschen Beschuss und vielleicht Torpedos auf uns versuchen zu ziehen. Und der Sanigil müsste jetzt hier eigentlich nur noch abhauen und nicht Torpedos kassieren. Dann ist die Runde hier auf jeden Fall gewonnen. Hayat hat wahrscheinlich Torpedos rausgehauen. Gucken wir mal, ob wir dort ausweichen können. Okay. Ein Torpedo wird uns hier leider treffen. Aber wie gesagt, ist nicht ganz so tragisch, solange der Sanigil hier in der Runde überlebt. Und den Winkel dürfte er nicht mehr wie ein Torpedo kassieren, falls überhaupt welche in seine Richtung kommen. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Der Zerstörer kann natürlich die Basis nicht mehr einnehmen. Wir haben 7 Kills in der Runde gemacht. Haben dementsprechend auch dort die Siegbedingung. Und die Runde ist gewonnen. Sehr schön. 162.000 Schaden wurden es am Ende mit 118 Hop-Batterietreffern. 4 Schiffe aufgeklärt, 2 Ausfälle, 3 Schiffe zerstört, 8 Brände, 4 Zitadellen. Einmal verteidigt und dann gab es das Großkaliber. Schauen uns auch schnell das Teamergebnis an. Wirklich hier alle eine relativ gute Runde erwischt in der Division. War wirklich eine meiner wenigen Runden, wo wir wirklich in der 3er Division es geschafft haben, eine solide Runde zu haben. Leider in der Saison wirklich kein großer Spaß im Allgemeinen. Schauen uns schnell den Wirtschaftszweig an. Haben hier 406.000 Kreditpunkte Profit gemacht mit dem einfachen Booster. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. So Leute, das soll es auch mit dem heutigen Video aus der 18. Arena Saison gewesen sein. Mit der Kronstadt. Ich persönlich bin einfach kein großer Fan von diesem Schiff. Auch wenn wir hier eine gute Runde hatten, wo ich auf jeden Fall zufrieden bin. Und gerade weil wir natürlich auch sehr viele Trefferpunkte haben, konnten wir viel Schaden und Beschuss einstecken. Was uns auf jeden Fall sehr geholfen hat zum Sieg. Aber die Hopp-Batterie, die verlässt mich leider sehr, sehr häufig. Und ich habe auf jeden Fall überdurchschnittlich viel Pech, was die Genauigkeit angeht mit diesem Schiff. Und gerade in den Momenten, wo es in der Regel darauf ankommt, habe ich die gute Genauigkeit eben nicht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.